Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video vom Steelherb. Heute wieder ein kleines Informationsvideo und zwar nur ganz ganz kurz. Wollte ich sagen, ich bin von heute den 15. bis zum 23. Oktober nicht da, nicht im Lande, für niemanden erreichbar. Und damit beantworte ich keine Kommentare, beantworte keine Nachrichten, lade keine Videos hoch und kommentiere keine Videos. Und ja, vor allem lade ich keine Videos hoch, damit fällt auch das mittwochliche Tutorial flach, fällt aus für diese Woche. Aber dafür dürfen sich trotzdem alle Leute freuen, die bei meinem Gewinnspiel mitgemacht haben. Denn sobald ich zurück bin, lose ich das Gewinnspiel aus und so lange kann jeder noch mitmachen. Und ehrlich gesagt, die Erfolgschancen, also die Gewinnchancen sind sehr sehr hoch, was ich schon mal betont habe. Aber gut, wer nicht gewinnen möchte, hat verloren. Das war jetzt gerade sauschlau. Auf jeden Fall kann immer noch mitgemacht werden, eben bis zum 23. und 24. Oktober. Dann wird es geschlossen und dann werde ich auch in den folgenden Tagen auch das Auslösungsvideo hochladen. Und noch eine ganz ganz kurze Information in eigener Sache und zwar wandelt wohl der Abo-Box-Bug wieder unter den Lebendigen. Und somit war der häufigste Kommentar, den ich bekommen habe, du lädst keine Videos mehr hoch und ich habe dein Video erst nach 5 Tagen gesehen. Das ist beides ziemlich scheiße und deswegen möchte ich dem ganz mal entgegenwirken. Erstens, ich lade noch Videos hoch, nämlich jede Woche mindestens eins. Und dagegen kann ich nichts machen, wenn YouTube die Sachen nicht anzeigt. Auf jeden Fall werde ich am Schluss dieses Videos nochmal verschiedenste Videos aus letzter Zeit präsentieren und verlinken. Und wer dann am paar Sachen noch nicht gesehen hat, zum Beispiel das letzte Photoshop-Tutorial, das letzte Video, also so ein Vegas-Tutorial, das letzte Cinema 4D-Tutorial, die letzte Software-Empfehlung, die übrigens auch ziemlich cool ist, obwohl das irgendwie niemand mitbekommen hat, aber okay. Der kann dann natürlich einfach nochmal durchklicken und verschiedenste Videos angucken. Wer nicht möchte, kann natürlich auch abschalten, wie auch immer. Habt auf jeden Fall Spaß die Woche, viel Spaß auf YouTube und bis zum nächsten Mal dann mit einem Gewinnspiel-Auslosungsvideo. Diesmal. Tschüss, bis dann.